Der Maid ist auf einer neuen Bridge gestorben. Nice. Ey, Elah. Links bei der Outdoor Bridge. Boah, lol. Das war ein... Das war ein... Das war ein... Das war ein kleiner Schuss. Alter. Der letzte ist auf einem neuen Bridge gewesen. Kann überall sein. Ich glaube, es war da. Ganz hart markiert. Ah, hier, Kloss. Hab ich. Boah, Conny ist so gut in diesem Spiel, Leute. Wir müssen mal YouTube-Videos machen. Alter. Das war mega Trigger. Oh Gott, in meinem Gesicht hat sie eine Shotgun? Ja. Wohl kann ich sagen. Ich hab ich... Also... Hab sie reingerusht, da weh, oder? Nee, nee. Ich war da oben am Wind. Boah, der ist... Boah, der ist... Hast du mich angeschossen? Ich hab keinen. Ich hab's mit... Outdoor. Einer... Einer Diving. Was ist das? Hier, ein Ping. Was ist das? Was ist das? In Diving. Hat die Kamera. Ich kann nicht mehr Ping. Gehen. Alter, der ist Level 418. Was ist das? Ja, ja. Ja. Irgendwom Hallway bei dir oben. Links, glaube. Buckstairs unten? Ja, ist unten. Die pushen beide auf Kill. Topstairs ist Buck. Crouched. Hält ein Engel von der Tür. Immer noch Topstairs. Der ist runter, lädt nach. Ja. Und, äh... Ash, Ash und Maury, Ash und Maury. Ash ist tot. Maverick. Ja. Oder? Ja. Ash. Die Plane, glaube ich. Ich Press. Oh, mein göwwwd. Hau bei, links zu dir, hau bei. 7 Sekunden, ne? Hilf nix. Ja, hol den Kill, hol den Kill. Warte noch kurz, du rennst die Treppen hoch und dann auf die X stehst und auf das 1 schmeißt du zu 4. 4 hoch und jetzt an zu 4 an. Alter. Wo sind das wieder gesehen? Welchen YouTuber? Kokolopra. So bin ich gestorben. Achso. Gold ist da. Einer ist unten Main Stairs. Jaja, ist der Jäger, ist der Jäger. Ja, geht rein. Blue. Bended. Ne, er ist East. Die 2 sind unten. East oben jetzt. Oben. Einer ist unten Blue. Tendenzieller Workshop. Der ist jetzt schon Hallway. Der Peak Break Room. Peak Break Room. Peak Break Room. Müssen wir jetzt einmal kurz Break Room Kontrolle kriegen? Ich kann ihn leider auf der Kante nicht mehr sehen. Wer wird da schon drin sein? Jetzt ist er, oh Gott, jetzt ist er unten Lobby. Will rausrennen, glaube ich. Ist noch bei Main. Peak Main. Ja, nicht mehr. Geht hoch. Nein, ist Blue. Geht jetzt Main Stairs hoch. Auf der Main Stairs Jäger. Puh. 90. Peaked. 90. Peaked Break Room. Closed links. Echt jetzt. Schön. Genau, der München. Puh. Alter. Wie ist der, das sieht gerade clear aus? Mirabino ist halt Abfuck pur. Ich wäre für Office. Ja, wäre ich auch. Ich gucke, wir haben hätte noch ne, also... Da haben wir noch ein Kind. Irgendwas verletzt, ne? Kann mal schauen, die können... Hier haben wir noch auf den Archives. Müssen wohl, äh, Archives Balcony. Kleine Kind. Ja, direkt hinter mirer Windows, der Bandit. Komm oben. Irgendwann haben wir's rum, ne? Warte, ich schaff's noch auf keiner. Ja. Smoke dead. Plente. Plente, plente, plente. Nice. Schön. Schön. Eine Info für Catwalk? Strom kurz. Ja, ja, liegt im... Nein, liegt da einer. Einer am Window oben am Catwalk. Zwei am Catwalk. Lock an den Stärz-Catwalk. Stärz habe ich auch der Stärz. Schön, schön, schön. Heiß, ich gehe vor. Einer unten halt, bitte. Einer ist... Storage. Einer ist Storage. Storage. Einer ist Storage. Eine Joka ist disabled. Beziehungsweise... Schauen wir die Cam aus. Ich halte Storage. Ich halte Storage. Okay. Einer im Crash hinten in der Ecke links. Ja, ich komme. Camper jetzt nicht. Kommt vor. Könnt ihr jetzt hier an der Ecke sein. Äh, Leute, einer könnte um den Pit kommen. Habt ihr gehört? Ja. Einer im Hallway. Der ist weiter gegangen. Puls ist unten dritt. Ich bin injured. Jäger in Cash. Ja, warte. Versuch reinzugehen. Ist in Construction. Puls hat ne, da. Ja. Bin injured, Leute, ne? Puls tot. Einer auf dem Backstairs. Keine Info. Ecke war Backstairs, ne? Ja, er müsste Backstairs gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass er... Schön. Sie war ganz stark. Vielleicht oben. Einer ist im Radio drinnen. Und das hier bei Radio. Da müsste aber noch einer sein. Ja, ja. Sledge noch da. Einer ist im Hallway gewesen. Oben Radio auf Mark ist Sledge. Mal ein bisschen blitzen. Wir haben ne IQ an den White Stairs oben. Sophia pusht mich gerade. Ashtet glaube ich. Sophia Sledge kommen Yellow Stairs. So, zwei Leute Yellow Stairs. Ich brauche Backup, Leute. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt sind sie wieder hoch. Sind sie wieder hoch, sind sie wieder hoch, sind sie wieder hoch. Okay. Nix weg was für White Stairs gerade an Cover. Ich habe halt die Hedge. Auf Mark. Bei der Yellow Stairs. Was ist das? Das ist toll. War nach oben Radio IQ. Yellow Stairs immer noch. War da nicht gerade die Wegeweger hinter mir? Oh, die ist schon hoch. Ich gehe im Moment erst runter. Und jetzt erst. Was? Schön, das ist auch noch. Hat die Cam. Du hast den Diffuser im Diving gehabt, ne? Okay. Ja, ich habe da eine Cam. Der lag direkt auf dem Sledge. Du brauchst nichts machen, chill einfach. Er hat auch noch nicht den Diffuser geholt. Schafft ihn nicht, schafft ihn nicht. Okay, dann haste gewonnen. Nice. Er geht doch. Jo, das habe ich aber. Ja, das habe ich aber. Und dann haben wir Cam's. Twitch drohen schon wieder von Stock. Twitch ist wahrscheinlich in Stock. Ja. Unter uns ist Ash. Ash in Archives. In Archives? Ja. Einer repellt an den Fenstern. Nordfenstern. Das ist schlecht. Am CO-Window. Ja. Das ist sehr schlecht. Geht jetzt Double, geht Hexer. Hexer. Hexer-Window, Hexer-Window. Nehm dir, Keeper. Dann. Unping. Hast du Window? Wir müssen Window tilten. Wir müssen Window tilten. Wir müssen Window tilten. CO-Window, CO-Window noch. Tot? Schön. Nice und nice. Komm hoch, komm hoch. Sodakam haben wir. Der letzte ist Breach. Breach, Breach, Breach. Rechte Seite Breach. Ja, ich gehe Front-Task. Nicht bringen, nicht bringen. Komm, Jonathan. Breach. Komm. Ja, wir machen Breach. Linke Seite Breach. Hat gehört, dass ich mich hingedenkt habe. Oh boy. Nice. Sehr schön. Nice. Oh mein Gott, der Bennett kann ja... Ah, das war in der Garage. Der musste oben Garage sein. Jo. Zwei. Hinter dir. Ja. Komm vor dir. Jawoll. Schön. Rechts noch. Rechts noch. Hau. Links. B relativ weit rechts. Westen. Aber... Aber... HUT! Äh, Butter! HPU! Häää! Hahahaha! Versteck dich einfach. Alter, der rallt's nicht. Verdammt ey. Ne du, du holst das, der hat keine Ahnung. Der ist echt los. Der defuoset nicht. Gewinst das. ist schon sagen dass du ganz schön unter strom warst